Das Glück eines entspannten Geistes Selbst den friedlichsten Zeitgenossen reißt hin und wieder der Geduldsfaden. Das ist verständlich. Trotzdem sind wir nie weiter von Zufriedenheit entfernt, als wenn wir negativen Gefühlen Raum geben. Achtsamkeit hilft uns dabei, geduldiger und mitfühlender zu werden und mehr Freundlichkeit zu entwickeln. Geduldig mit sich und anderen Die Paramita Xanti wird allgemein unter dem Begriff Geduld zusammengefasst, obwohl sie weit mehr beinhaltet. Zu ihr gehören Selbstbeherrschung ebenso wie Gelassenheit und Akzeptanz, aber auch Mitgefühl und Toleranz. Wollen wir Xanti in unser Leben integrieren, verlangt uns das also eine Menge ab. Dafür werden wir aber auch großzügig belohnt. Sobald wir Xanti üben, bauen wir Stress ab. Und das tut Körper und Psyche gleichermaßen gut. Wir gewinnen an innerer Ruhe und können ein friedliches Leben in der Gemeinschaft genießen. Mehr Erfolg auf allen Ebenen Wenn wir uns in Geduld üben, kommt uns das in allen Lebensbereichen zugute, denn Ausdauer ist für jede Art von Lernen und Training nützlich. Ohne geduldiges Üben und Wiederholen gibt es keine tiefgreifende Veränderung, egal ob wir Vokabeln pauken oder Fortschritte auf dem spirituellen Weg machen wollen. Auch um uns bei der Meditation selbst zu disziplinieren, brauchen wir Geduld und Mitgefühl mit uns selbst. Wenn wir die Bahnungen im Gehirn verändern wollen, hilft nur kontinuierliches Üben. Bringen wir dazu die nötige Geduld auf, gelingen uns in jedem Alter nachhaltige Veränderungen. Und wir profitieren noch weit mehr, wenn wir Xanti entwickeln. Wer kann warten? Welchen Einfluss Geduld auf Erfolg im Leben hat, zeigt eine mittlerweile legendäre psychologische Langzeitstudie, die in den 1960er Jahren begann und deren Ergebnisse auch durch spätere Untersuchungen immer wieder bestätigt wurden. Der Marshmallow-Test Dr. Walter Mischel, der das Experiment entwickelt hat, gab fünfjährigen Vorschulkindern ein Marshmallow. Diese Süßigkeit ist bei uns als Mäusespeck bekannt und ähnlich beliebt wie bei amerikanischen Kindern. Mischel versprach ein zweites Marshmallow, falls die Kinder das eine erst dann aufessen würden, wenn er mit einem zweiten zurückkäme. Etwa die Hälfte der Kinder konnte die notwendige Disziplin und Geduld aufbringen und bis zu seiner Rückkehr warten. Die übrigen Kinder konnten der süßen Versuchung nicht widerstehen und steckten die Nascherei vorher in den Mund. Als man zwölf Jahre später dieselben Kinder wieder untersuchte, zeigte sich, dass diejenigen, die ihre Bedürfnisse schon damals aufschieben konnten, sozial kompetenter und in der Schule erfolgreicher waren als die anderen. Auch 40 Jahre danach kamen die Untersucher zu denselben Ergebnissen. Die Geduldigen hatten beruflich und zwischenmenschlich mehr erreicht. Das Fazit der Wissenschaftler, Menschen, die Selbstbeherrschung und Geduld aufbringen können, die eine kurzfristige Befriedigung zugunsten einer größeren, langfristigen aufschieben können, sind in der Regel intelligenter, sozial kompetenter und beruflich erfolgreicher. Das geduldige Zähmen unserer spontanen Bedürfnisse ist eine Kampfansage an alle heftigen Gefühlsäußerungen. Ob Gier, Wut, Ärger, Groll oder Hass, sie alle stellen große Hindernisse auf dem Weg zu einem glücklichen Leben dar. Sie nehmen uns unseren Frieden, vernebeln unsere Klarheit und verengen den Blick. Sie sind die Quelle von Grausamkeit und Krieg. Je mehr sie genähert werden, umso stärker werden sie. Solange wir ihnen Raum geben, haben sie Macht über uns und bestimmen unser Verhalten. Wollen wir das Ruder selbst in der Hand halten, heißt es gegenzusteuern und ein Gegengift zu finden, wie es die Tibeter ausdrücken. Das Gegengift bei Aggressivität ist traditionell die Übung von Geduld. Verhält sich jemand unfair, ist es scheinbar die natürlichste Sache der Welt, wenn wir uns darüber ärgern. Schließlich ist das der erste Impuls, der in einer solchen Situation in uns aufsteigt. Und dem geben wir nach, solange unser Autopilot an ist. Aber nicht, wenn wir achtsam sind. Durch Bewusstheit wird es möglich, den inneren Beobachter zu aktivieren und die aufsteigende Wut zu registrieren und vorbeiziehen zu lassen, als wäre sie eine Wolke am Himmel oder ein aufziehendes Gewitter. Diese Distanzierung schafft Raum für Veränderung. Als Beobachter sind wir entspannter und können neutraler und vielleicht sogar versöhnlicher mit der Situation oder der Person umgehen, die uns in Rage gebracht hat. Auch wenn es zu Xanti gehört, geduldig zu sein und Schwierigkeiten zu ertragen, bedeutet das nicht, sich wie ein Opferlamm alles gefallen zu lassen. Vielmehr ist das Ziel, trotz der Widrigkeiten so freundlich wie möglich mit sich und anderen umzugehen, selbst wenn man wenig Lust dazu verspürt. Wenn wir im Groll stecken bleiben, können wir ein Unrecht damit nicht ungeschehen machen. Wir tun uns selbst weh, wenn wir daran festhalten. Unser Seelenfrieden wankt, das Herz schmerzt und wir leiden psychisch und physisch. Heute wissen wir, dass seelisches Leid nicht nur wehtut wie körperlicher Schmerz, sondern uns auch körperlich schadet. Das Immunsystem wird geschwächt und manche Menschen entwickeln Herz- und Hautprobleme, Magen- und Darmstörungen oder psychosomatische Beschwerden. Zwischenmenschliche Probleme gehen uns so nah, weil wir soziale Wesen sind, die andere Menschen brauchen. Deshalb ist es so wichtig, die Tugenden von Xanti zu kultivieren. Toleranz, Mitgefühl und viel Freundlichkeit. Auch in der Kommunikation. Mitfühlen-Zuhören Dieses Wissen um die menschliche Verbundenheit und Bedeutung der Gemeinschaft als Zuflucht ist tief im Buddhismus verwurzelt. Deshalb gehört auch das mitfühlende Zuhören zu den wichtigen buddhistischen Techniken. Durch diese besondere Form achtsamer Kommunikation üben wir uns darin, unser Herz zu öffnen, unsere Gefühle wahrzunehmen und anderen Wohlwollen zu begegnen. Zudem befinden wir uns mit unserem Gegenüber ganz im Hier und Jetzt, sobald wir wirklich aufmerksam und mitfühlend zuhören und miteinander reden. Wenn wir bewusst reden und zuhören, ist unser Autopilot ausgeschaltet und alte Muster werden außer Kraft gesetzt. So kommt es zu echten Begegnungen und einer neuen Tiefe im Zusammensein mit anderen Menschen. Wenn wir uns deutlich aufeinander beziehen, entstehen eine größere Intensität im Austausch, mehr Nähe und Verständnis, Offenheit und Empathie. Weisheitsgeschichte Ein Mann kam zum Meister, weil er Eheprobleme hatte. Du musst lernen, deiner Frau zuzuhören, riet ihm der Meister. Der Mann nahm sich den Rat zu Herzen und ging wieder nach Hause zu seiner Frau. Nach einem Monat kam er wieder. Er erklärte dem Meister, dass er gelernt habe, auf jedes Wort seiner Frau zu achten. Doch zu einer grundlegenden Verbesserung der Beziehung habe das nicht geführt. Du musst jetzt anfangen, das zu hören, was deine Frau nicht ausspricht, riet ihm der Meister. Sich öffnen und Anteil nehmen Als das Sinnbild des guten Zuhörers gilt im tibetischen Buddhismus Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls. Ein Bodhisattva ist ein erleuchtetes Wesen, männlich oder weiblich, das versprochen hat, erst dann selbst ins Nirvana einzugehen, wenn es alle anderen Menschen gerettet hat. Es gibt den Sorgen anderer Raum und heilt Kummer durch Zuhören. Dabei öffnen Bodhisattvas alle Sinne voller Anteilnahme. Augen, Ohren und Herz sind offen für den anderen. Und in ihrer Haltung steckt ein großes Ja, die vorbehaltlose Akzeptanz all dessen, was der andere auf dem Herzen hat. Das verbundene Gehirn Der Buddhismus lehrt seit über 2500 Jahren, dass alle Wesen miteinander verbunden sind. Diese Verbundenheit gilt nicht nur für Menschen, sondern für alles in diesem Universum. Besonders spürbar wird sie für uns im Zwischenmenschlichen. Denn unser Gehirn ist auf Austausch mit anderen geeicht, egal ob wir als einsamer Cowboy oder als Partylöwin durchs Leben gehen. Wir können diese Verbundenheit zwar leugnen, ihr aber nicht entgehen. Nicht nur, weil unsere Gesellschaft sehr stark arbeitsteilig gegliedert ist und wir andere Menschen für die Bereitstellung von Lebensmitteln, Wohnung, Wärme und Licht brauchen, sondern vor allem, weil die Beziehungen zu anderen Menschen zentral für unser Glück und unsere Zufriedenheit sind. Mit anderen verbunden zu sein, zählt neben wertvoll zu sein, geliebt zu werden und frei zu sein, zu den sozialen Grundbedürfnissen. Natürlich ist nicht jeder menschliche Kontakt ein Vergnügen und Menschen können uns auch unglücklich machen. Doch ob im Positiven oder im Negativen, wir sind mit anderen Menschen verbunden. Und damit das leichter geht, brauchen wir die buddhistischen Tugenden Geduld, Toleranz und Mitgefühl. Sie sind die großen sozialen Trümpfe, egal ob es um persönliche Beziehungen geht oder um gesellschaftliche und politische. Frieden im Menschen und zwischen einzelnen Menschen kann Frieden zwischen Völkern möglich machen. Die Kraft der Spiegelneuronen Die Natur hat uns die Fähigkeit des Mitfühlens gegeben. Damit können wir unser Gegenüber besser einschätzen und verstehen. Wenn uns jemand anlächelt, lächeln wir normalerweise automatisch zurück. Wenn jemand gähnt, kann es gut sein, dass er uns damit ansteckt. Und wenn wir sehen, dass jemand geschlagen wird, zucken wir unwillkürlich zusammen. Wissenschaftler erklären sich diese Zusammenhänge mit einer Simulation des Beobachteten in unserem Gehirn. Das, was wir sehen, bildet sich in unserem Gehirn so ähnlich ab wie im Gehirn unseres Gegenübers. Selbst wenn wir scheinbar gleichgültig auf das reagieren, was wir sehen, eine Verbindung mit unserem Gegenüber können wir nicht vermeiden. Zum ersten Mal wurde dieses Spiegelungsphänomen bei Affen erkannt, denen zur Beobachtung haarfeine Elektroden ins Gehirn eingepflanzt wurden. Tiere, die andere Tiere oder auch die Forscher beobachteten, zeigten deutliche Ausschläge im Bewegungszentrum, obwohl sie nur Bewegungen anderer beobachteten, ohne sich selbst zu bewegen. Bei weiteren Forschungen, die sich auf menschliche Reaktionen konzentrierten, wurde entdeckt, dass sich nicht nur beobachtete Bewegungen im Gehirn abbilden, sondern auch wahrgenommene Gefühle anderer. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Spiegelneuronen. Sie spiegeln das in uns wieder, was wir von anderen wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass jemand traurig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir das erkennen können und diese Wahrnehmung bei uns Mitgefühl auslöst. Durch die Aktivität von Spiegelneuronen erfassen wir recht gut, was in anderen Menschen vorgeht. Und durch dieses Verständnis entsteht im Normalfall eine Verbindung zwischen uns. Wenn ich sehe, dass jemand leidet, leide ich mit. Alles, was ich anderen antue, spüre ich in einem gewissen Maße selbst. Das Gehirn ist in dieser Hinsicht ein soziales Organ. Es reagiert auf unsere Umwelt, auf unsere Kontakte und auf alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Unsere neuronalen Schaltkreise prägen also unsere Beziehungen. Und umgekehrt beeinflussen diese auch unser Gehirn. Mit Achtsamkeit und Meditation können sie ihre Einfühlsamkeit vertiefen und ihre Verbundenheit mit anderen Menschen stärken. Mentales Training fördert Mitgefühl, mit sich selbst und mit anderen. Das Mitgefühl steht im Mittelpunkt der buddhistischen Meta-Meditation. Mitfühlend meditieren Meta im Buddhismus ist vergleichbar mit der Nächstenliebe im Christentum. Deshalb nennt man Meditationen, die um das Thema Mitgefühl kreisen, Meta-Meditationen. Mit ihnen können wir unser Mitgefühl gezielt trainieren und so das Einfühlungsvermögen und die Geduld gegenüber unseren Mitmenschen vergrößern. Bei dieser Praxis geht es explizit um den Wunsch, dass es anderen, und zwar allen Wesen, gut gehen möge. Am Anfang fühlt es sich oft gekünstelt an und die guten Wünsche sind vielleicht mit Widerwillen formuliert. Doch dem Gehirn ist es gleichgültig, was es lernt und ob das, was ihm angeboten wird, real ist oder nur in der Vorstellung existiert. Es lernt das, was wir ihm vorgeben. So wird unser Geist durch die guten Wünsche in der Meta-Meditation nach und nach an Geduld, Mitgefühl und Freundlichkeit herangeführt. Ganz allmählich verändert sich unsere innere Haltung und durchdringt immer mehr Aspekte unseres Lebens. Irgendwann ist dann der Wunsch, dass alle Wesen glücklich sein mögen, nicht mehr abstrakt, abwegig oder komisch, sondern ganz real und selbstverständlich und wird dann interessanterweise sogar zur Quelle von Freude und innerem Frieden. Die Kraft der Meta-Meditation hat mehrere Aspekte. Zentral ist etwas, das oft als universelle Güte bezeichnet wird. Guy Armstrong, ein buddhistischer Lehrer aus der Vipassana-Tradition, hat den Geist von Meta mit einem Orangensaftkonzentrat verglichen. Alles Überflüssige ist herausgepresst und übrig bleibt nur das essentiell Gute und die reine Süße. Und Sylvia Borstein, eine buddhistische Lehrerin mit sehr viel Humor, hat Meta wie ein Produkt beschrieben, das wir alle sofort kaufen würden. Menschen, die Meta üben, schlafen friedlich, träumen friedlich und wachen friedlich auf. Die Leute lieben sie, die Engel lieben und beschützen sie. Gifte, Waffen und Feuer tun ihnen nichts zu Leide. Ihr Antlitz ist klar, ihr Geist ist gelassen. Sie sterben unbeirrt und werden in himmlischen Gefilden wiedergeboren. Es ist nicht immer leicht, anderen Gutes zu wünschen. Vor allem, wenn wir Menschen nicht mögen oder sie uns schlecht behandelt haben. Den meisten Menschen fällt es schwer, jemandem zu verzeihen, der sie wirklich tief verletzt hat. Wir brauchen dann viel Zeit, um uns davon zu erholen. Schwere Verletzungen heilen oft nur langsam. Manche hinterlassen deutliche Narben und die verdienen es, gewürdigt zu werden. Echter Kummer sitzt erstmal fest und das ist normal bei fühlenden Wesen. Dann helfen auch alle Ratschläge und Versuche loszulassen erstmal nicht weiter. Wer würde sein Leid nicht gern loslassen, wenn es nur ginge? Das Zauberwort heißt zulassen. Zulassen, dass man diesen Riesen Kummer hat, dass das Leben aus den Fugen geraten ist, dass man nicht begreift, warum es so weit gekommen ist, dass nichts mehr so sein wird wie vorher, dass man Angst vor der Zukunft hat. All diese Gedanken und Gefühle zuzulassen, das geschieht in dem Moment, wo man sich, wie es die Tibeter sagen, seinen eigenen Dämonen stellt. Heilung und spirituelle Entwicklung beginnen an dem Punkt, an dem wir das ganze Ausmaß unseres Unglücks akzeptieren, statt es zu leugnen. Wer seine Situation annimmt, hat schon an einer Front aufgehört zu kämpfen. Vom Ich zum Du zum Wir Oft klappt es mit dem Aussenden guter Wünsche nicht, weil wir die falsche Reihenfolge wählen. Der Einstieg in das Üben von Meta ist immer, gute Wünsche an uns selbst zu senden, und das mit gutem Grund. Wer versucht, seinem Peiniger, seinem Erzfeind, seinem Rivalen, seinem Unterdrücker, seinem verlorenen Liebsten wirklich gute Wünsche zu schicken, der kann das erst tun, wenn er mit sich selbst im Reinen ist und sich verziehen hat. Hinter harschen Beleidigungen und Beschuldigungen anderer stehen häufig Wut und Hass auf sich selbst. Erst wenn sie sich selbst lieben und akzeptieren, klappt es auch bei den anderen. Die Meta-Meditationen helfen uns dabei, Mitgefühl, Selbstliebe und Nächstenliebe zu üben. Entsprechend sind sie in fünf Stufen aufgebaut, beginnend mit dem Mitgefühl mit uns selbst. Grundsätzlich gibt es vier Meta-Wünsche. Bezogen auf die eigene Person lauten sie 1. Möge ich glücklich sein 2. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen 3. Möge ich gesund sein 4. Möge ich unbeschwert leben Schauen wir uns zunächst den ersten Satz an 5. Möge ich glücklich sein Bei diesem Satz zeigen sich häufig schon die ersten Widerstände. Habe ich es wirklich verdient, glücklich zu sein? Warum soll ich mich denn so wichtig nehmen? Ist das nicht furchtbar egoistisch, zuerst sich selbst Glück zu wünschen, während es so vielen Menschen so viel schlechter geht als mir? Manchmal ist Meta für sich selbst sogar die allerschwierigste Übung. Noch schwieriger als Meta für Menschen, die man nicht mag. Zumindest vorübergehend kann jeder davon betroffen sein, weil er sich für etwas verachtet oder gerade eine persönliche Niederlage erlebt hat. Manche Menschen sehen sich auch selbst als ihren größten Feind an und sind weit entfernt von jeder Form der Selbstliebe. Doch auch sie kann die Meta-Übung aus dieser Trostlosigkeit befreien. Sobald sie ernsthaft anfangen, Meta zu üben und sich selbst mit Liebe und Respekt begegnen, wird sich etwas in ihnen verändern. Sie werden sich mit sich selbst aussöhnen und sich sehr bald als liebenswert erleben. Denn wenn wir Mitgefühl entwickeln, das Stärkste aller positiven Gefühle, machen die schlechten Gefühle der Liebe Platz. Sich selbst zu lieben ist der natürliche Zustand unseres Wesens. Das geht nicht auf Kosten anderer, sondern ist eine notwendige Voraussetzung für die persönliche und spirituelle Entwicklung. Wir müssen uns selbst lieben und akzeptieren lernen, damit wir auch andere akzeptieren und lieben können. Nicht zufällig gilt das auch im christlichen Glauben, denn in der Bibel steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und nicht mehr als dich selbst. Falls es ihnen trotzdem schwerfällt, etwas mit dem Wunsch, möge ich glücklich sein, anzufangen, dann versuchen sie eine modifizierte Formulierung zu finden. Zum Beispiel diese Variation. Ich erlaube mir den Wunsch, dass es mir gut geht. Schon diese kleine Veränderung bringt oft Entspannung. Sie dürfen glücklich sein, weil sie es sich bewusst erlauben. Und jetzt zu den anderen Menschen. Möge es den Menschen gut gehen, die ich gern habe. Diese Übung fällt den meisten Menschen leicht, denn es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, nahestehenden Gutes zu wünschen. Dennoch können sich durchaus auch ambivalente Gefühle zeigen. Das ist völlig normal, denn niemand ist frei von Neid und Missgunst. Darum ist es am Anfang oft leichter, mit einer Person anzufangen, die nicht aus dem allernächsten Umfeld kommt. Wenn sich also eines Tages zu dem Wunsch, dass es der Freundin gut gehen möge, noch ein anderer Gedanke meldet, wie der, dass es ihr ganz recht geschieht, wenn sie Kummer hat, dann sind sie kein Unmensch, sondern jemand, der sich ehrlich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt und die Übung ernst nimmt. Wer hätte noch nie jemandem aus Wut, Rachsucht oder Enttäuschung zumindest heimlich etwas Schlechtes gewünscht? Sobald sie die Scham überwinden und sich diese ungebetenen Gefühle eingestehen, wird es leichter, sie loszulassen und stattdessen Gutes zu wünschen. Möge es Menschen gut gehen, denen ich neutral gegenüberstehe. Der nächste Schritt, das Mitgefühl auf Menschen auszuweiten, die keine starken Gefühle in uns wecken, ergibt sich ganz natürlich. Trotzdem muss die Freundlichkeit für den Postboten, die Blumenverkäuferin, den Busfahrer oder einen entfernten Kollegen erst im Bewusstsein ankommen, da uns solche Menschen normalerweise gleichgültig sind. Auf den ersten Blick mag diese Gruppe nicht besonders interessant erscheinen. Aber sobald sie bedenken, dass das sehr wahrscheinlich die allergrößte Gruppe in ihrem Leben ist, erkennen sie auch das Potenzial. Wenn es ihnen Freude macht, zu Fremden freundlich zu sein, wird sich das enorm auf ihr Leben auswirken. Jedes Lächeln kann zurückkommen, jede großzügige Geste könnte weitergereicht werden. Fremde schenken uns unendlich viele Gelegenheiten, um gute Wünsche und Freundlichkeit zu verschenken und anzunehmen. Hier sind sie bei der größten Herausforderung von Metta angelangt. Denn Personen Gutes zu wünschen, die uns geschadet haben oder die wir als Gegner betrachten, ist wirklich nicht leicht. Vielleicht fangen sie darum etwas kleiner an und üben Metta an Menschen, die sie einfach nur nerven. Das kann ein unangenehmer Chef sein, eine übergriffige Kollegin oder ein lauter Nachbar. Steigern sie dann ganz langsam den Schwierigkeitsgrad. Nehmen sie sich für diese Übung viel Zeit und gönnen sie sich immer wieder Auszeiten, in denen sie wieder zurückgehen zu Metta für sich selbst. Die Anforderung, Menschen Gutes zu wünschen, die man nicht ausstehen kann, ist enorm hoch. In solchen Fällen seien sie zufrieden mit sehr kleinen Schritten. Ein Hilfsmittel kann es sein, sich den anderen als leidendes Wesen, als kleines, hilfloses Kind vorzustellen oder als alten, kranken, hilfsbedürftigen Menschen und dann vorsichtig den Gedanken anzuschließen, dass dieses Wesen genau wie jedes andere nach seinem Weg sucht und glücklich sein möchte. Metta-Meditationen bieten die Möglichkeit, sich von alten Verstrickungen zu verabschieden. Dabei ist eine Versöhnung zwar erstrebenswert, aber nicht notwendig. Manchmal reicht es, Hass in Akzeptanz umzuwandeln, die dann irgendwann zu Gleichgültigkeit wird. Üben sie Metta für schwierige Menschen in ihren üblichen Meditationszeiten, aber nur in dem Maß, wie es für sie in Ordnung ist. Sie sind völlig frei darin, jederzeit auch andere Übungen einzuschieben. Wenn sie sich überstrapazieren in dem Wunsch, ein guter, großzügiger und freundlicher Mensch zu sein, wird sich die Verdrängung ihrer wahren Gefühle wahrscheinlich rächen. Sie schaden sich selbst und setzen einen neuen Kreislauf von Schuldgefühlen in Gang. Die Schulung von Metta ist ein lebenslanger Prozess. Nehmen sie sich Zeit. Allein der Weg ist schon heilsam. Möge es allen Wesen gut gehen Was für die Versöhnung mit uns selbst gilt, gilt auch für die Versöhnung mit anderen und mit der ganzen Welt. Mit der Metta-Meditation überwinden wir unsere engen Beschränkungen und erleben uns zunehmend als Teil eines größeren Ganzen. Es ist im Kleinen so wie im Großen. Wer Hass sät, wird Sturm ernten. Wer Liebe sät, wird Liebe ernten.